Put your fucking hands up, put 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 your fucking hands up Und damit herzlich willkommen zu diesem Video Do you love my little robot voice? In diesem Video werden sie Wahrheit und Fiktion nicht unterscheiden können Spaß Freunde, was soll ich sagen, Eleven Laps hat endlich meine geklonte Stimme geliefert So und in diesem Video werden wir mal testen, was sie so alles kann Und ja, dafür habe ich einmal meine No-Tune Stimme Also die, die man in ein paar Sekunden mit einem hochgeladenen Voice-Over kreieren kann Und einmal meine Fine-Tune Stimme Die Kreation hat ungefähr anderthalb, zwei Monate gedauert Mittlerweile soll es schneller gehen, laut dem Team Wenn du sagst, das Ergebnis gefällt dir, kannst du hier für 22 Dollar den Creator-Status kaufen Und dann kannst du hier eine Voice einschicken Es geht auch nur eine, das zeige ich dir hier Nein, hier Genau, wenn du jetzt hier eine neue hinzufügen wollen würdest Steht hier Voice Limit auf One is reached So, ich werde dir heute einmal meine Fine-Tune Stimme zeigen Dann einmal meine No-Tune Stimme Und einmal die neue Version von Eleven Laps Eleven Multilingual Version 2 Das Ganze wurde auch erst vor ein, zwei Wochen released, meine ich Und die Ergebnisse sind schon super Das gab es vorher nur mit der englischen Version Und ja, jetzt siehst du hier, welche Sprachen alle dazugekommen sind Und ja, die drei werden wir einfach mal vergleichen Die Fine-Tune Stimme wird nämlich leider nur über Version 1 abgespielt Außerdem möchte ich euch ein paar Anwendungsfälle zeigen Wie man dann tatsächlich die geklonte Stimme auch einsetzen kann Gerade im Content Creator-Bereich natürlich So, also ich habe jetzt doch noch eine hinzugefügt Einmal meine No-Tune Stimme Dann meine No-Tune Stimme in der Version 2 Hier ist auch neu, dass man sich einen Speaker Boost geben kann Und diese Style Execuration ist auch neu dazugekommen Ja, Execuration heißt einfach Übertreibung Das ist standardmäßig auf Null gestellt Das lassen wir jetzt auch einfach mal so Machen wir Try Default So, dann testen wir noch Jeremy Eine Standard-Stimme in der Version 2 Einfach nur, um zu sehen, wie die Standard-Voice-Overs sich anhören Und als letztes meine Fine-Tune Stimme Gut, lass uns starten Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Ja, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut Dann haben wir meine No-Tune Stimme im direkten Vergleich Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Also das ist schon viel, viel besser Du merkst, der Sinn hinter den Sätzen Wird viel besser verstanden Als jetzt in der Version 1 Hier wird einfach nur der Text ausgesprochen Und hier versteht er sogar Dass er nochmal darum bittet Antwort zu bekommen in dem Fall Und genau, das testen wir jetzt auch noch mit Jeremy Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Ja, also ihr hört Es ist super betont Und ja, ich mag's Also das ist wirklich eine Version Die man für Videos oder Projekte verwenden kann So, und zu guter Letzt Meine Fine-Tune-Stimme Let's go Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Ja, also vom Stimmklang Finde ich ist die natürlich besser Als meine No-Tune-Stimme Ich probiere es jetzt nochmal Er generiert ja immer die Texte etwas anders Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Ja, das ist okay Ist jetzt nicht umwerfend Aber wir können jetzt auch damit mal Einfach die Version 2 testen Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Ja, das ist super bad Aber es steht ja hier auch Dass das Modell für Version 1 gemacht wurde Aber ich bin fast schon Fan davon Dass man jetzt einfach die No-Tune-Stimme nimmt Und dann wirklich hier den Text generieren lässt Magst du meine Roboter-Stimme? Sag's mir doch bitte Magst du meine Roboter-Stimme? Dann smash jetzt den Daumen nach oben Und kommentiere dein Lieblingsessen Also diese Version 2 Gefällt mir so viel besser als die erste Dass ich fast sagen würde Die Feintune-Stimme ist relativ unrelevant Ich hab das jetzt schon ein bisschen getestet Und auch schon bei Projekten angewandt Ich zeig dir das jetzt mal gerade So, du siehst hier einen Blogbeitrag von mir Und hier hab ich schon ein Voice-Over erstellen lassen Um einfach die Barrierefreiheit etwas zu erhöhen Auch auf Webseiten Ist ja nicht verkehrt Für Leute, die entweder lesefaul sind Oder nicht lesen können Und so hört sich das Ganze dann an Hallo Freunde Ich muss euch unbedingt von meinem neuesten Entdeckungserlebnis berichten Vor kurzem stieß ich auf ein fantastisches KI-Tool Das meine Online-Erfahrung komplett verändert hat DeepL Es handelt sich um ein deutsches Technologieunternehmen aus Köln Das eine Übersetzungssoftware auf Basis künstlicher Intelligenz anbietet Ja, und so weiter Da muss man natürlich dann die Teile zusammenschneiden Weil nach einer gewissen Tokenanzahl wird die Qualität einfach schlechter Ich kann dir das mal zeigen Ich hatte das noch in einem anderen Beitrag Hallo Freunde In diesem Beitrag zeige ich dir Wie du mit Hilfe von ChatGPT wunderschöne Diagramme aus unterschiedlichen Daten erstellen kannst Ja, das startet gut und dann wird es irgendwann Also es wird super creepy Das war jetzt nur natürlich ein Test Das werde ich auch noch ersetzen Aber teile den Artikel mit deinen Freunden oder Kollegen So, ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt mal auf Englisch Dafür kopiere ich einfach das Ganze wieder in DeepL Haben wir gerade noch drüber geredet Einfach ein Life Changer Wenn du es noch nicht getestet hast, unbedingt ansehen So, dann hören wir uns das jetzt mal auf Englisch an Wenn du so auch mein Robot Voice Dann schau mal auf Englisch an und einst. Ja, also ich bin etwas Enttäuscht von der Feintune Stimme Muss ich sagen Wenn die Feintune Stimme Allerdings für Version 2 rauskommt Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus So lange würde ich Dir jetzt empfehlen Einfach, wenn du es testen willst Moment Gehst du auf Subscription Und test das einfach für einen Dollar Der erste Monat ist für einen Dollar Zu bekommen, leider geht es nur per Kreditkarte Aber du kannst hier auch schon Deine Stimme Klonen lassen und dann packst du sie Einfach in Version 2 Aktivierst hier den Speaker Boost Klar, die klingt nicht 100% nach deiner Stimme Aber wenn du sie für Nebenprojekte nimmst Wie beispielsweise jetzt mal ein YouTube Short Da kann man einfach sich so ein VoiceOver drüberlegen So, eine Weitere Anwendungsmöglichkeit, die jetzt Die meisten leider noch nicht nutzen können Und ich auch nicht Ist ein VoiceOver über Videos zu legen Hier MrBeast und bei Einigen riesengroßen YouTubern Ist das Ganze schon ausgerollt worden Da kannst du hier einfach auf Audio Track gehen Und Den Text auf Deine Sprache Übersetzen lassen Beziehungsweise auf die Sprachen Die natürlich von MrBeast Erstellt wurden Und hochgeladen wurden Ich kann es jetzt hier nicht demonstrieren Aber test es gerne mal Auf YouTube selbst Sobald das reinkommt Werde ich auf jeden Fall Hinter Videos auch Zumindest mal Eine Englischübersetzung Hochladen Das wird nur noch eine Frage der Zeit sein Und ich hoffe, dass das Dieses Jahr noch passiert Ja, das fördert eben diese Barrierefreiheit auch Im Internet wieder ein bisschen mehr Und bald kannst du dann Im Prinzip Jeden Content Den du Auf deiner Sprache Produzierst Weltweit übersetzen Also wenn ihr sehen wollt Wie MrBeast Und Freaking Lambo schreddert Dann guckt euch das Video an Wofür das auch immer gut sein soll Aber Naja Wenn man zu viel Geld hat Ne Also in dem Sinne Vielen Dank fürs Zuschauen Mein Lieblingsessen ist Lasagne Was ist deins?